Käthe von Nagy war eine ungarische Schauspielerin. Leben und Filme Käthe von Nagy, Tochter eines Bankdirektors, hat nach dem Gymnasium kurze Zeit eine Klosterschule und dann ein weiteres Internat in Siebenbürgen besucht. Sie wollte zunächst Schriftstellerin werden und zog darum, unüblich damals für eine junge Frau, allein nach Budapest, wo sie in einer Zeitschrift einige Novellen veröffentlichen konnte und die Schauspielschule von Belegal besuchte. Der Vater ließ sie zurückholen und gab ihr eine Anstellung in einem seiner Büros. Schließlich konnte sie ihren Berufswunsch jedoch durchsetzen und ging nach Berlin, wo sie als Korrespondentin für die ungarische Zeitung Pesti Hirlab arbeitete. Nach zahlreichen vergeblichen Bewerbungen erhielt sie 1927 bei der Sternheim-Film GmbH ein erstes Filmengagement, eine Nebenrolle Konstantin J. Davids Lustspiel Männer vor der Ehe, in dem auch Grete Weiser ihr Filmdebüt gab. Die erste Hauptrolle spielte Käthe von Nagy bereits 1927 28. in der von Simon Nebenzahl und Jomé produzierten Komödie Die Durchgängerin. Weitere Hauptrollen folgten in den Filmen Meskittchen und Ihre Majestät Die Liebe. 1930 trat sie in Robert Wienes erstem Tonfilm, dem Jacqueline-Hüde-Drama Der andere als resolute Halbweltdame mit psychotherapeutischen Fähigkeiten auf. Seit 1931 stand Käthe von Nagy, die durch ihr Kessis Temperament und ihre Aparthe, etwas exotische Erscheinung aus dem Rahmen des üblichen fiel, für die Ufer vor der Kamera. Zunächst in Kurt Gerhens Lustspiel Meine Frau, Die Hochstaplerin und In Ihre Hoheit befiehlt. Danach spielte sie Hauptrollen in den Filmen Der Sieger, Ich bei Tag und Du bei Nacht und kurz nach dem nationalsozialistischen Regierungsantritt auch in dem antisowjetischen Propagandafilm Flüchtlinge. Mehr Hauptrollen folgten in den Filmen Der junge Baron Neuhaus, Einmal eine große Dame sein, Die Töchter ihrer Exzellenz, Die Freundin eines großen Mannes, Prinzessin Tyrandeau, Liebe, Tod und Teufel, Ave Maria, Am seidenen Faden, Unsere kleine Frau, Salonwagen E 417 und Renate im Quartett. Von 1939 an arbeitete Käthe von Nagy, die Französisch sprach, auch früher schon wiederholt in französischen, italienischen und österreichischen Filmproduktionen mitgewirkt hatte und seit 1935 mit ihrem zweiten Ehemann in Paris lebte, nur noch in Frankreich. In einem deutschen Film wirkte sie nur 1952 noch einmal als Nebendarstellerin mit. Käthe von Nagy, die in erster Ehe mit dem Regisseur Konstantin J. David und in zweiter Ehe mit dem Franzosen Jacques Fettini verheiratet war, starb 1973 bei Los Angeles an einem Krebsleiden.